So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokemon Go. Es ist gerade ziemlich anstrengend zu reden. Ich habe jetzt am Montag ja schon den Livestream abgesagt und verschoben, weil ich gesagt habe, ich bin krank. Und es wird gefühlt immer schlimmer und ich kann schon gar nicht mehr reden, wenn ich versuche richtig zu reden. Deswegen muss ich versuchen mit einer ganz tiefen Stimme zu reden, weil das ist gerade im Stimmspektrum noch drin. Es wurde ja jetzt schon aus Versehen das Psychospektakel geleakt. Leute haben Videos darüber gemacht, Grafiken wurden geteilt. Ich habe wieder mal gewartet, bis es offiziell angekündigt wird. Deswegen bin ich wohl jetzt wieder der Letzte, der ein Video darüber macht. Aber habe wenigstens jetzt diese schöne Grafik hier, diesen Blogpostartikel, den wir jetzt gemeinsam durchgehen werden, wo ich euch zeigen möchte. Wie ich das Event finde, was es im Event alles gibt, was meine Ziele werden, was meine Ziele gewonnen wären, wenn ich meinen Hauptaccount noch hätte. Und ja, worauf ihr achten könnt. Und natürlich frage ich euch auch wieder, worauf ihr euch freut und was ihr vom Event haltet. Das ist total komisch, oder? Wenn man einfach reden will, wie man redet, stimmt aber auf einmal weg. Das Psychospektakel ist zurück. Wir haben auf jeden Fall ein sehr chilliges Bild. Das passt auch hier zu dem, was ich gerade habe. Da ich das jetzt abends aufnehme, habe ich es mir ein bisschen gemütlich gemacht. Trainer, ihr habt unsere Gedanken gelesen. Das Psychospektakel ist zurück. Mit einer neuen befristeten Forschung, Sammlerherausforderungen, Raidkämpfen und mehr. Was man sich jetzt hier denken kann, wenn man auf dem Titelbild hier diesen After sieht. Also hier oben sind einfach so zwei Arschbacken. Dass das sicherlich das Monozydo ist und wird als Shiny eingeführt. Und ja, ich habe kurz den Artikel schon überflogen. Monozydo wird als Shiny eingeführt. Denn ansonsten habt ihr ganz viele Babys hier, die natürlich dann wieder aus Eiern gebrüdet werden müssen. Das Ganze findet aber nicht am Mittwoch diese Woche statt, sondern nächste Woche Mittwoch. Am 20. September ab 10 Uhr bis Sonntag, den 24. September 20 Uhr. Das ist ein relativ kurzes Event. Das Paldea-Event jetzt ging über eine Woche, fast zwei Wochen. Das dann nur von Mittwoch bis Sonntag, also nur eine halbe Woche. Aber von 10 bis 20 Uhr, merkt euch das, es wird mehr EP geben für das Fangen von Pokémon mit Curveball-Würfen. Gibt es denn da draußen Leute, die ihre Pokémon nicht mit Curveball-Würfen fangen? Also ich bin ja immer einer, der versucht einfach fabelhaft zu curven. Gerade bei Raids und Legendären sollte das das A und O sein, weil die ja schneller fliehen können und meistens hochwertiger sind als irgendwelche wilden, stupiden Pokémon. Gibt aber natürlich auch die Leute von früher, die haben einfach immer nur gerade den Finger nach vorne und das hat ihnen gereicht. Wie fangen ihr? Macht ihr Curveball-Würfe oder nicht? Wenn ihr die noch nicht gemacht habt, macht sie mal im Event, da gibt es mehr EP. Es wird eine befristete Forschung geben. Rund um Curveballs dreht die sich. Für den Abschluss kriegt man mehrere Begegnungen mit Monozyto und das allererste Mal, dass man Monozyto, also eben auch als Shiny, begegnen kann. Mein Ziel wäre also gewesen, Monozyto, Shiny zu handen. Du brauchst sowieso drei Stück, weil das einfach drei hat als Familie. Jetzt mein neues Ziel wäre, Monozyto, Shiny zu handen, XL zu farmen, ein Hunderter vielleicht zu bekommen. Obwohl da das Shiny zu kriegen wahrscheinlich noch das leichteste ist, statt das Hunderter zu kriegen. Das ist jetzt... Normalerweise habe ich das ja auch schon mal gemaxed, aber ja gut, die Zeiten sind vergangen. Jetzt also alles neu, aber irgendwie ist eine interessante Sichtweise, denn egal welches Event kommt, ich habe mir immer die Encounter angeguckt und gesagt, brauche ich alle nicht, habe ich schon alle. Habe ich alle schon gemaxed, habe ich alle in 100%, habe ich alle Shiny. Jetzt habe ich nichts, deswegen ist es besonders interessant zu gucken, was kommt denn im Event, was für mich jetzt wichtig wäre. Wilde Pokémon, es erscheint Abra, ist eigentlich ein richtig cooles Pokémon. Simsala kann auch richtig stark sein, hat ja auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Flegmon hat auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Traumado, was du zu Hypno machst, nutzen viele in der GBL. Owei, Kokowai war damals so richtig guter Pflanzenangreifer, den man immer gedommen hat, wenn man nichts anderes hatte. Girafarig, sehe ich jetzt noch nicht den Sinn drin, kriegt ihr aber vielleicht auch nochmal eine Weiterentwicklung. Trassler, ich glaube das ist mein Lieblings-Pokémon im Event, weil Trassler, Gardevoir, Mega-Gardevoir, muss ich haben, brauche ich. Also eine Gardevoir-Armee, sechs Stück, muss irgendwann her, die hatten wir beim Main-Account, die hat man dann in Krypto irgendwann, Mega-Gardevoir, so oft genommen gegen alles mögliche. Das ist mein Highlight jetzt schon mal, das Trassler. Mediti, kriegt ja auch Mega-Entwicklung, auch GBL kannst du nutzen. Hier steht noch Spoink, Molimorba, Monozyto und Pygraulon. Mit etwas Glück auch Galaponita, Galafleckmon und Bronzel. Also, mein Highlight, Trassler, Neu, Monozyto, da sind eigentlich viele interessante Pokémon dabei. Ich weiß nicht, wieso jetzt, als die Grafik geteilt wurde, schon wieder alle rumgeheult haben. Voll das langweilige Event, da ist ja gar nichts dabei. Eigentlich sind die Spawns doch gut. Was will man denn? Da sind starke, geniale, super krasse Pokémon dabei, auch viele mit Mega-Entwicklung. Wenn man noch kein gutes hat für eine Mega-Entwicklung, kann man sich hier einige Exemplare sichern. Joa, seltene Shinies, ne, Galafleckmon hat mal seinen C-Day gehabt. Bronzel ist ja eh shiny, boostet von der Shiny-Rade her. Raid-Kämpfe, die es so gibt. Wir haben wieder mal Ikognito-Buchstaben, die können nicht shiny sein. Aber es gibt die Buchstaben P, S und I. Auf dem Main hat mir nichts gefehlt. Auf dem fehlen mir alle. Aber ich sag's euch, wie es ist. Die Ikognitos interessieren mich nicht. Die Bohne, momentan. Psy-Yau ist auch unnütz, glaube ich. Würde ich auch nicht raiden jetzt. Wer das shiny noch sucht, kann das gerne machen. Damals haben wir Raids für Zuschauer gemacht. Jetzt brauchen wir es nicht. Raid-Kämpfe Stufe 3. Alola Raichu, Galapandimos, Hisui, Wasak-Wil. Hisui, Wasak-Wil hatte ja mal einen Raid-Day. Das war richtig cool. Fünf-Reihe-Päser erhöhte, scheinen gerade das mitzunehmen. Ansonsten braucht man das, glaube ich, nicht. Alola Raichu. Können in der GBL ein bisschen was reisen. Galapandimos brauchst du, glaube ich, auch nicht. Früher Ticketforschung, dass du da auch Pandifrost bekommen hast. Aber nützlich, nee. Raids für Stufe 5 in der Zeit ist noch Genesect drin mit dem Flammen-Modul. Wechselt aber dann am Wochenende wieder. Weil das Event geht bis Sonntag und am Samstag ist dann schon wieder Wechsel. Von Genesect auf Raikou Entei Suikun. Da werde ich sowieso, ich weiß nicht, Genesect ist das erste Mal mit Flammen-Modul in Shiny vorhanden. Vielleicht werde ich da gucken, ob ich mit den freien Pässen täglich einen Pass Genesect bekomme. In Shiny. Bei Entei Raikou Suikun würde mich eigentlich Entei und Raikou interessieren. Auf dem Main hätte ich für alle drei XL gesammelt. Hier habe ich ja nur einen Pass. Und würde halt wahrscheinlich Raikou, es ist gelb, es ist elektro, wäre mein Liebling. Ich müsste jedes einmal machen, mindestens für den Pokédex-Eintrag jetzt wieder. Aber sonst ist da nicht großartig für mich was zu holen. Mega-Raids, Mega-Guard-A-War. Was habe ich denn vorhin erzählt? Ich brauche ein gutes Exemplar, Mega-Entwicklung dabei. Das heißt, das Event geht nur eine halbe Woche. Ich brauche dann schon Genesect. Ich brauche Mega-Guard-A-War einmal. Ich brauche Raikou Entei Suikun einmal. Also, da ist die Zeit eigentlich schon um. Obwohl, ja gut, die Enten, die sind ja dann auch ein bisschen da. Ah ja, Kusilla, Iso, Kling-Plim, Monozyto. Kling-Plim, nicht Shiny. Wäre ja cool gewesen, das auch mal Shiny einzuführen. Die anderen gibt es schon ewig. Monozyto auch aus Eiern, aber gibt es ja auch wild. Würde ich jetzt nicht unbedingt dafür brüten. Pokémon bei Feldforschungen. Kadabra, Galafleckmon, wohin genau? Metang, Monozyto, Iskala, was auch mal seinen Forschungstag hatte. Kadabra, ja, Weiterentwicklung von Abra. Kann was, wohin genau? Ist auch Tang, wenn du den in die Arena setzt. Zumindest, wo Tang dran steht, aber Metang vorne dran. Kannst du mitnehmen, Metacross, super. Aber müsstest du eigentlich wieder aufheben, bevor du Metang zu Metacross entwickeltest wegen der SIDR-Tagge, dass man irgendwann ein Event wieder ist oder so. Feldforschung, kannst du auf jeden Fall auch das Monozyto rausziehen. Dann gibt es bestimmte Aufgaben noch. Da kriegt ihr aus den Feldforschungen Mega-Energie für Mega-Simsala, Mega-Lamus, Mega-Gardevoir, Mega-Meditales. Das heißt, mir fehlen momentan ja wieder alle Mega-Entwicklungen. Ich hatte alle auf Stufe 3. Jetzt habe ich gar keine. Gute Sache, also hier Mega-Energie zu sammeln und sich wieder ein paar Megas zuzulegen, die man an Seedays zünden kann, bei bestimmten Events zünden kann, um Bonbons zu boosten. Es wird Sammler-Herausforderungen geben. Dann gibt es auch wieder Staub-EP und Mega-Energie und es wird Pogestop-Showcases geben mit Sproing. Die Showcases finde ich, wie gesagt, richtig genial. Auf meinem neuen Habanero-Account möchte ich ja kein Geld ausgeben. Völlig Free-to-Play spielen. Und die Showcases geben dir immer coole Premium-Items wie Brutmaschinen oder Glückseier, Sternenstücke oder so. Das finde ich gut. Das ist das, was ich momentan mitnehmen möchte. Ich finde das Event also nicht langweilig, auch wenn schon wieder viele rumheulen. Ich finde das Event eigentlich cool. Da sind viele Sachen dabei, die ich jetzt gerade brauche. Es ist ein neues Shiny dabei. Ihr könnt viel Mega-Energie sammeln. Ihr kriegt schon wieder mehr EP hinterhergeworfen. Nützliche Pokémon, die in der GBL sowie auch in Raids ihren Nutzen haben. Und ja, die weitestgehend viele davon eben auch eine Mega-Entwicklung haben. Wenn ihr noch nicht Mega-Entwicklung habt, weil ihr erwarten wolltet, bis ihr ein gutes Exemplar bekommt, dann schlagt halt jetzt zu. Ansonsten, was sind eure Ziele? Was werdet ihr jagen? Was werdet ihr raiden? Werdet ihr brüden? Auf was werdet ihr euch konzentrieren? Auf was freut ihr euch am meisten? Meine Meinung habe ich gesagt. Ich finde es gut. Banner sieht auch gut aus. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Ich gehe jetzt wieder zurück ins Bett. Ciao.